Willkommen zum Webinar Balance Pro. Die neue Linie Balance Pro ersetzt die bisherige Linie Balance. Mit der Modernisierung der Texturen wurden auch folgende Themenbereiche berücksichtigt. Die Stärkung der Anti-Aging-Komponente, das Bekämpfen von Hyperpigmentierungen, die Behandlung von Pickelmalen und Aknenarben. Balance Pro ist somit eine Rundum-Anti-Aging-Pflege für ölige Haut und Mischhaut. Die beiden Hautbilder sind in der Praxis eine Herausforderung. Beide haben gemeinsam, dass der Feuchtigkeitsgehalt normal bzw. verringert ist, der Fettgehalt ist jedoch deutlich erhöht. Der Hydrolipidfilm ist somit nicht mehr im Gleichgewicht, die Haut ist außer Balance. Das heißt, dass Kunden mit diesen Erscheinungsformen speziell abgestimmte Produkte benötigen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Kunden tun sich tatsächlich schwer, das richtige Produkt zu finden. Bei hauttypgerechten leichten Emulsionen fehlt es aber oftmals an der Anti-Aging-Komponente. Sobald Anti-Aging ein Bedürfnis ist, sind die angebotenen Produkte im kosmetischen Markt oftmals viel zu reichhaltig. Dementsprechend sind Kunden bei der Wahl der richtigen Produkte auf fachkundige Beratung angewiesen. Wichtig ist dabei, dass der Hauttyp zutreffend bestimmt wird. Unter dem Begriff Seborö oleosa versteht man großporige, ölige Haut, die schnell glänzt und Tendenz zu Unreinheiten aufweist. Merkmale sind eine Überproduktion der Talg, aber auch der Schweißdrüsen. Der Talg ist flüssig. Es bilden sich Talgtröpfchen, die an der Hautoberfläche schimmern, so beispielsweise auf dem Nasenrücken. Die Haut neigt zu Unreinheiten, Irritationen, Papeln und Pusteln. Sie ist großporig, weist unerwünschten Glanz auf. Zum Teil sind raue Hautstellen durch Überverhornung vorhanden. Das Hautbild neigt zu einer gestörten Hautschutzbarriere und dadurch zu Überempfindlichkeiten. Typische Zonen sind Stirn-, Nase- und nasennahe Wangenbereich, Kinn-, Kopfhaut-, Dekolleté- sowie Schultern und Rücken. Ursachen sind Ein erhöhter Talgfluss, verursacht durch eine Hyperaktivität der Talgdrüsen. Die Epidermis verhornen zusätzlich schneller als bei der normalen Haut, sodass die Ausgänge der Talgdrüsen leicht verstopfen. So kommt es dann auch zu einer vermehrten Bildung von sogenannten Probionibakterien, die Unreinheiten und Akne hervorrufen können. Einen Vorteil bietet Seborioleosa. Der Feuchtigkeitsgehalt ist gut oder nur leicht vermindert, Zeichen der Hautalterung treten somit erst verzögert auf. Nun zur allgemein als Mischhaut bezeichneten Seborössika. Darunter versteht man ein Hautbild, das starke Feuchtigkeitsdefizite aufweist, jedoch auch glänzende Zonen mit sichtbar vermehrtem Talgfluss, sowie eine erkennbare Tendenz zu Rötungen und Unreinheiten. Merkmale sind eine Überfunktion der Talgdrüsen, fester, zäher Talg, die Haut lässt sich deutlich schlechter ausreinigen als bei der Oleosa, dafür ist der Glanz oftmals auf die T-Zone beschränkt. Die Neigung zu Rötungen, Pusteln, Irritationen und Unterlagerungen ist unterschiedlich stark ausgeprägt, was das Erkennen erschwert. Typisch ist großporige Haut in glänzenden Regionen und Feinporigkeit in trockenen Arealen. Die Seitenpartien, also der Bereich der Wangen, ist meist normal oder trocken, bei diesem Hautbild trifft Glanz also auf starken Feuchtigkeitsmangel. Es besteht eine Neigung zu Missempfinden und Spannungsgefühlen, die Hautschutzbarriere ist oftmals gestört. Typische Zonen sind eine großporige Stirn, Nase, Kinn, eine trockene Wangenpartie, Unterlagerungen und Unreinheiten, typischerweise im kinnnahen Wangenbereich, Rötungen, Irritationen, Kopfhaut, Hände und Füße sind typischerweise trocken. Ursachen sind Ein erhöhter Talgfluss durch Hyperaktivität der Talgdrüsen Verminderte Hautfeuchtigkeit Zur Pflege der öligen Haut, der Seborö Oleosa, ist das Oleosa Control Treatment bestens geeignet. Die ultraleichte Emulsion zieht schnell ein, glättet das Erscheinungsbild von Linien und Fältchen, wirkt mattierend, verfeinert die Poren und glärt großporige Partien. Außerdem bekämpft seine Wirkstoffkombination Unreinheiten und beugt ihrer Neuentstehung vor. Die Widerstandskraft und Geschmeidigkeit der Haut wird ebenfalls verbessert. Die 24-Stunden-Pflege wird morgens und abends nach der gründlichen Reinigung und dem ProBalance Serum aufgetragen. Ermöglicht wird die Pflegeleistung des Oleosa Control Treatments von einer ausgesuchten Kombination von 11 Wirkstoffen. Pore-Away wird aus dem Harz des Pistazienbaums gewonnen und wirkt hautbildverfeinernd und klärend auf großporige Partien. Außerdem reguliert er übermäßige Talgproduktion, minimiert Glanz und Unreinheiten, mattiert und verbessert sichtbar die Qualität der Haut. Bei Niacinamid handelt es sich um Vitamin B3. Es normalisiert die Talgproduktion, verringert die Porengröße und regt gleichzeitig die Kollagensynthese an. Falten werden reduziert, die Haut erscheint geglättet. Es hilft außerdem, Schäden zu reduzieren, die durch UV-Licht hervorgerufen wurden. Kamelien-Samenöl stärkt die hauteigene Schutzbarriere, schützt vor Feuchtigkeitsverlust und erhält das natürliche Gleichgewicht des Hydrolipid-Mantels. Mäusedornextrakt wirkt positiv bei Reizungen und Irritationen und reduziert nachweislich den Abbau von Elastin. Der Extrakt dient somit der Prävention vorzeitiger Hautalterung. Magnolien-Extrakt, auch bekannt als Hauptwirkstoff aus der Malu-Wils-Hypersensitive-Linie, wirkt nicht nur schützend und juckreizlindernd, sondern bekämpft auch wirkungsvoll Unreinheiten verursachende Bakterien. Hautberuhigendes Allantoin und Panthenol unterstützen das Abklingen von Hautirritationen und runden das Balance Pro-Wirkstoff-Konzept ab. Feuchtigkeitsarme Mischhaut oder auch normale Haut mit glänzender T-Zone wird mit Zika Balancing Moisturizer gepflegt. Die 24-Stunden-Pflege ist deutlich gehaltvoller als das Oleosa-Control-Treatment und berücksichtigt so das Bedürfnis nach intensiver Pflege für ein rundum gepflegtes Hautgefühl, ohne die Haut jedoch zu beschweren. Die Hauptwirkstoffe Pour-Away, Niacinamid und Magnolien-Extrakt regulieren den Talgüberschuss und wirken verfeinernd wie beim Oleosa-Control-Treatment. Spannungsgefühle der trockenen, feuchtigkeitsarmen Hautpartien werden durch die Mischung aus natürlichen Wirkstoffen und feuchtigkeitsbindenden Ölen augenblicklich abgebaut. Die 24-Stunden-Pflege wird morgens und abends nach der gründlichen Reinigung und dem Balance Pro-Serum aufgetragen. Nachtkerzenöl stimuliert wichtige Zellfunktionen. Während Wiesenschaumkrautöl ein seidig-glattes, nicht-fettendes Hautgefühl verleiht und ausgeprägte, feuchtigkeitserhaltende Wirkung hat. One-Drop Balancing Serum Das Serum One-Drop Balancing Serum ergänzt beide 24-Stunden-Pflegeprodukte, indem es die talgregulierende Wirkung optimiert, der hautintensive Feuchtigkeit spendet und zugleich im Sinne vorbeugenden Anti-Aging's die Neubildung von Kollagen stimuliert. Letzteres wird durch ein Vitamin-C-Ester erreicht, der zugleich potenzielle Aknenarben reduziert, sowie Pickelmale. Das heißt, verfärbte Stellen werden aufgehellt. Es wird nach der gründlichen Reinigung sparsam aufgetragen, pro Anwendung genügt ein Tropfen. Es kann auch bereits vorbeugend aufgetragen werden, wenn eine Unreinheit noch im Entstehungsprozess ist. Im Mittelpunkt stehen zwei weitere Wirkstoffe, die exklusiv im Serum enthalten sind. Ein Vitamin-C-Ester und ein komplexes Haferproteinen. Vitamin-C-Ester regt die Bildung von Kollagen an und dient so der präventiven Hautalterung. Zugleich ist er in der Lage, Akne-Bakterien zu reduzieren und verfärbte Stellen durch Pickelmale wieder aufzuhellen. Der bioaktive Komplex aus Haferproteinen stimuliert die Bildung von Barriereproteinen der Epidermis, stärkt somit die Hautbarriere, sodass Feuchtigkeit besser gehalten werden kann. Bei regelmäßiger Anwendung erhöht sich die Hautfeuchtigkeit und die Hautrauhigkeit nimmt ab. Zum Bekämpfen lokaler Unreinheiten eignet sich das SOS-Anti-Spot-Gel. Das klare Gel kann punktuell direkt auf die Haut oder über Make-up aufgetragen werden und unterstützt das Abklingen von Unreinheiten, Rötungen und auch von Verfärbungen. Salicylsäure Salicylsäure Ferulasäure ist eine organische Verbindung, die z.B. in Dillreis und Gräsern vorkommt. Sie schützt vor und wirkt gegen lichtbedingte Schädigungen. Zusammen mit dem Dikaliumsalz des Süßholzzuckers verhindert sie Hautverfärbungen durch Unreinheiten, die beim Abklingen entstehen können. Aloe Vera Pulver und Kamille wirken reizlindernd, regenerierend und glättend. Alle Balance Pro Produkte sind ohne Mineralöle und Paraffine formuliert, silikonfrei, parabenfrei und nicht komedogen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Balance Pro kennenzulernen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kunden viel Freude beim Verwenden der Produkte und beim Beobachten des individuellen Pflegeerfolgs. Ihre Stefanie Schiedl, Leitung Training